So, ja, da müssen wir alle herum, Ellie. Ja, zurück zu Joel. Oh yeah. Unser Pferd, Mr. Lasagne, ist leider gestorben und ich habe jetzt wirklich sehr lange kein Belastoff aus mir gespielt, da ja GTA 5 rausgekommen ist und ich, ne, ich habe das gesuchtet, meine Freunde, ja, muss ich ehrlich zugeben. Oh, jetzt ist auch ein Auto. Da wirst du bezahlen. So, hier tut man nachladen und rennen, gucken wir nochmal wo, ich glaube da, ne, ja. Äh, wo tut man sich verschanzen? Ah, hier, okay, wow, was ist da? Ah, du. Oh, der ging daneben, hast du Glück gehabt, Kerlchen, hast du Glück gehabt? Aber der, der ging durch. Äh, ich drücke mal auf Kreis, weil da tut man sich eigentlich hinsetzen und so. Äh, bei GTA 5 tut man nämlich da nachladen und deswegen, naja. So, ich würde mal sagen, wo tut man nochmal lauschen? Ah, hier ist niemand. Wir gehen jetzt hier rein. Äh, in der letzten Folge haben wir, ähm, Medikamente für den Joel besorgt, weil er Gott sei Dank doch noch gelebt hat, meine lieben Freunde. Joel war wirklich noch am Leben. Und ich dachte am Anfang wirklich, er ist tot. Ja, aber das war er Gott sei Dank nicht. Und jetzt gucken wir erstmal, wie wir hier wieder zurück zu Joel kommen, da wir ja verfolgt wurden von einem Typie, den wir letztens kennengelernt haben. Ähm, den wir auch wohlgemerkt den Arsch gerettet haben, ja. Äh, der hat uns eben verfolgt und jetzt haben wir sie eben weggelockt. Ach ja, stimmt, ich muss mal nachladen. Äh, also, auswechseln die Batterien. Und, ja, jetzt haben wir sie eben weggelockt. Oh, Mist. Das wusste ich nicht. Scheiß auf David. Ich lass das nicht drauf ankommen. Ich will das erledigen und... Ja, ja, ich frie mich auch einen Arsch ab. Ne, war ein Scherz natürlich. Ups, falsch. Äh, nein. Da hin. Und dann da rüber. Zack. So, jetzt gucken sie alle da hin. Und gehen hoffentlich auch da hin. Ups. Oh, fuck. Äh, falsche Waffe, jetzt. Fuck. Ich muss jetzt echt mal wieder reinkommen in die Steuerung, meine Freunde. So, den hab ich erwischt. Der ist down. Wo sind aber die anderen? Das ist die Frage. Bleib hier! Ich lass mich fest! Ich kann mal nicht festnageln. Ich kann mal nur nageln. Ich bin ein Mädchen. Schon kapiert. Äh, schon vergessen. Ich glaub, da hör ich einen. Da kommt schon einer von denen. Guck, guck. Na? Ups, falsch. Kürzer. Dankeschön. Sehr nett von dir, dass du mich besuchst. Darum haben wir schon den nächsten. Fuck. Den letzten Schuss, den darf jetzt nicht verpatzen. Zäh, fix nochmal. Jetzt hab ich ihn verkackt. Hinter dem Boden. Ja, ja, chill deinen Fußpilz, Kerle. Zack. Rambo. Wow. Wer schießt hier? Ach, mach dich. Schwierig, schwierig. Äußerst schwierig, ja. Komm raus, kleine! Okay. Ey, ich verkack hier gerade nur noch. Okay, das war ein Hatter. Oh, fuck. Wie macht man nochmal Nahkampf? Jawohl. Boah, ich dachte schon, ich hab schon vergessen, wie man Nahkampf macht, ey. Neue Waffe, Schrotflinte. Jawohl. Die nehmen wir gleich mal. Da haben wir ja leider keine Munition mehr für die Jägerpistole haben. Äh, Jägergewehr. Für das Jagdgewehr. So, jetzt. So, ich muss jetzt echt mal wieder in die Steuerung gehen, C-Fix. Ich hab zu oft GTA gesuchtet, meine Freunde. Zu oft hab ich GTA gesuchtet, ja. Ich glaub aber, wir haben jetzt alle, oder? Ich glaub, ich geh mal oben lang, weil da gibt's die meisten Häuser. Also, hier sind keine Kollegen mehr. Das waren anscheinend schon alle. Haben wir eigentlich relativ alle gut erwischt. Du sollst nicht mit deinem Zahnstocher hier rumspielen, du sollst da hochklettern. Aber das wolltest du ja nicht, ne? Ach stimmt, das muss man ja mit X machen. Bei GTA macht man's mit 4X, schau. So, hier haben wir noch was zu futtern. Das ist voll. Ein paar Tellerchen. Äh, alles dreht sich nur noch um GTA momentan, ja. Verständlich, meine Freunde, es ist wirklich ein gutes Spiel. Aber wir sind hier bei The Last of Us. Und da ist alles anders. Denn es ist kalt. Düster. Furchterregend. Und einsam. Aber leider finden wir hier nichts. Deswegen gehen wir weiter. Da haben wir die Männer- und die Damen-Toilette. Da müssen wir auf alle Fälle mal rein. Wer weiß, was uns da drunter erwartet. Oh, irgendjemand sieht uns. Was war denn das? Da drinnen haben wir noch eine. Oh, warte. Nein. Ah, jetzt war's. Fick dich. Die Nachladen, schnell. Oh, nein. Oh, Ellie. Brenn. Scheiße. Ich hasse jetzt. So, verreckt doch endlich. Der lebt 100 pro noch, so wie ich das Spiel kenne. Da drinnen, der Umkleid ist noch. Das dürfen wir hin. Warum höre ich den nicht? Äh, ja, genau. Ja, bist du verarscht. Bring den Namen einfach oben. Ja, genau. Scheiße. Ja. Hau ab. Pui. Jetzt hol dich heilen, verdammte Kacke. Ellie. Heil dich. Boah. Also, Leute, nochmal von vorne. Es tut mir leid, falls ich mal nicht wirklich pro-gamer-mäßig gerade drauf bin. Das liegt daran, da ich momentan relativ viel GTA 5 spiele. Und da ist die Steuerung, die ist da wirklich komplett anders. Komplett anders, ja. Und so, also. Jetzt mal nachladen. Und da muss ich mich jetzt erst wieder dran gewöhnen, ne? Jetzt müssen wir alle, da kennt bestimmt jeder, dass man ein Spiel mag und das dann spielt. Wo gehe ich lang? Ja, das weiß ich nicht, aber klar. Wo gehen wir lang? Und wo sind sie? Wo gehen wir lang, Ellie? Die Typen gehen oben lang. Also gehen wir mal in dieses Haus hier. Eine... Ein... Wie nennt man sowas nochmal? Ein, 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 ein... Shop. So, wie nennt man das? Oh, ich hab den Namen vergessen, Leute. Egal, aber hier werden so... Kommes Fritz und sowas gemacht. Und hier konnte man früher wahrscheinlich baden gehen. Wo ist der andere Typ? Da drüben, okay. Schau, dass mir nicht markieren kann. Das wär auch mal cool. Der eine Typ ist hier. Jetzt laufen alle beide da lang. Oh, was geht's? Schmeiß, was gefunden? Hier ist auch nichts. Oh, scheiße! Hab ich sie? Exploriert was? Oh, scheiße, scheiße, scheiße! So, jetzt haben wir sie... Also jetzt haben wir sie gut ausgeschalten, meine Freunde. Also die Bombe, die hat echt... Au. Tja, ich würd mal sagen... ...dass der Schwein gehabt, ne? Also es hätte ich wesentlich anders treffen können, aber... Naja. So möchte ich auf alle Fälle mal nicht sterben, Freunde. So, wir gehen jetzt hier hoch. X muss man ja drücken. Jawohl, brav, Ellie. Super. Das kannst du noch, wa? Das kannst du noch. Wir gehen jetzt wieder in Schleichmodus, obwohl... Jetzt gehen wir einfach mal hoch. Jetzt gehen wir in Schleichmodus. Gibt's hier eine Alchemine, oder? Wanderweg. Der sollte hier ausführen. Ja, gehen wir einfach mal den Wanderweg. Kann man hier an der Seite vorbei? Du packst das, Ellie. Ja, du packst das schon. Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Nee, nee. Oh je. Wenn ich dich spiele, dann fliegst du nirgendwo hin. Höchstens aus dem Spiel raus, falls jemand Rage quitt oder sowas hat. Haha. Aber das ist doch kein Wanderweg, Freunde. Ich mein, hier kann jeder mal runterfliegen. Weil ich hab gedacht, dass bei einem Wanderweg... ...da ist man eigentlich doch verpflichtet. Also dem, der der Wanderweg gehört. In dem Fall, glaub ich, mal die Stadt. Da ist man doch verpflichtet, dass... ...da keiner... ...irgendwelche Gefahren ausgesetzt ist. Wie jetzt zum Beispiel Fall... ...also runterfallen oder so, oder? Naja. Egal. Weiter geht's. Runter hier. So. Okay. Du schaffst das, Ellie. Ich bin bei dir. Wir stehen das gemeinsam durch. Wir schaffen das. Das wäre doch gelacht, wenn wir es nicht schaffen, wa? So. Gibt's irgendwelche Bimbos? Nein, noch nicht. Aber ich wette, da unten gibt's dann irgendwelche. Weil das nämlich ein relativ großes Terrain ist. Und da gibt's dann meistens welche. So. Nochmal rein da. Da komm ich nicht durch. Oh, doch. Komm, das schaffst du schon. Okay. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden, meine Freunde. Einen anderen Weg. Vielleicht hier. Nein. Hier ist alles. Oh. So, das war's. Komm schon. Okay. Das haben wir geschafft, Freunde. Also durch hier. So. Ich hoffe, ihr seht da draußen, was ein YouTube-Freunde. Falls es mal ein bisschen dunkler wird. Ja, was ist denn das hier eigentlich? Äh, falsch. Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Ja, ich hoffe, dass wir nicht zu spät kommen. Jetzt kommt auf jeden Fall wieder diese Musik. Okay, da können wir nicht runter. Irgendwas hat doch diese Musik zu bedeuten, oder? Und das ist so ein großes Haus, Freunde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht jemand drin ist. Das wäre viel zu offensichtlich. Ah, siehst du, da haben wir es doch schon. Ich sehe aber auch keinen. Verdammt nochmal. Seht ihr jemanden, Freunde? Ah, da drüben, da haben wir sie doch schon. Oh, scheiße. Toll. Alter, wie der D. Ach, mieses Arschloch. Oh. Wie die die niedergeringt hat, habt ihr das gesehen, Freunde? Das war ja mal hardcore. Du kannst nirgendwo hin. Ah, ja, genau. Aus der Entfernung. Aus der Entfernung eine Shotgun zu übernehmen. Da musst du Superman sein, Kerle. Aber das bist du nicht. Bringen wir es hinter uns. Tja, findest mich nicht, wa? Ärgerlich. Äußerst ärgerlich. So, pass mal auf. Ich werde dich von hinten messern. Zack. Und da haben wir es schon. Also, Ellie, mal nicht so heftig hier. Das ist auch nur ein Mensch. Und sie freut sich so. Yes, Highscore. Mann, 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 Ellie. Immer wieder ein Erlebnis mit dir. Hier muss es aber noch welche geben. Da kommen schon die nächsten. Gehen wir mal in die kleine Minibar hier. Die schaut nämlich so appetitlich aus. Der schaut gerade in meine Nähe. Hier eher meine Bierflasche. So. Jetzt gehen wir da außen rum. Wir haben uns noch nicht gesehen. Wir haben uns noch nicht gesehen. Doch, haben sie. Ey, ich wollte gerade sagen. Ey, drück den Ziffix nochmal. Ja, wollte ich auch gerade sagen. So ein Drecksack. Okay, da kommt der nächste. Oh, gut. Ich dachte schon. Oh, mieses Arschloch. Ja. Musst du eigentlich bei jedem Kill, musst du irgendwie fluchen? Das geht mal gar nicht. Du bist doch schlimmer als Joel. Okay, da fahren wir keine Muni mehr. Heilen wäre auch mal nicht schlecht. So. So, 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 so. Wo gehen wir denn lang? Bär, jawohl, mit einem Fisch in der Hand. Ich bin bei mir zu Hause, Freunde. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Nein, Spaß. Aber ich glaube, das haben die Amerikaner gern da, ne? So, 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 so. Geschnitzte Bären und sowas. Das habe ich nämlich schon mal aus irgendeinem Spiel gesehen. Wie komme ich hier raus? Ich glaube, es war Alan Wake. Kann das sein? Alan Wake. Wäre möglich. Wäre möglich. Wie komme ich hier durch? Oder wo komme ich hier raus? Noch besser. Komme ich hier überhaupt irgendwo durch? Nein. Ah, warte mal. Kann ich das hier vielleicht wegschieben? Jawohl. Komm mal mit, Ellie. Dann ziehe ich das mal weg, weil dann kann ich mich hier unten durch. Denke ich zumindest. Ich will hier nicht festsitzen. Nicht nur du, Mädel. Nicht nur du. Aber da müssen wir jetzt durch. Das schaffen wir schon. Gemeinsam schaffen wir das. Du hast ja mich. Okay, wenn man mich hat, dann hat man so gut wie verloren. Nein, Spaß. Ah, wo geht's hier raus? Äh, da will ich jetzt noch nicht langen, so ist es mir zu groß. Ich will jetzt erst mal hier gucken. So, was haben wir hier? Munition fürs Jagdgewehr, sehr schön. Immer wieder notwendig, auf alle Fälle, weil das Jagdgewehr ist wirklich ein Hammerding. Ich habe noch ein bisschen was für, äh, ich denke mal für, was ist das? Warte mal. Hier können wir noch eine Bombe machen. Und hier nochmal ein Medikit. Machen wir nochmal eins. Alle guten Dinge sind schließlich drei. So, jetzt können wir das auch wieder mitnehmen. Sehr schön. Äh, aber auf jeden Fall eine nette Bude. Das war früher bestimmt mal was Geiles, du. Man sieht hier, man kann hier oben auch nur sitzen. Es war hier wahrscheinlich mal so eine Kantine oder ein Restaurant oder sowas. Früher. Wo alles besser war. Okay, was haben wir hier noch? Exklusives Zeug. Hier noch ein bisschen Spiritus oder was das ist. Oder destinisiertes Wasser. Keine Ahnung, irgendwas halt. Irgendwas, was medizinisch gut ist. Wohltun für den Körper, etc. Pipapo Mexiko. Irgendwie sowas. Sie ist auf dieser Seite der Hütte! Nein, bin ich nicht. So, alle guten Dinge. Wow! Wow! Habe ich noch nicht erwischt. Jetzt habe ich ihn erwischt. Ja, ja, da gucken die Spanner mal wieder durchs Fenster. Ich höre jemanden. Ich höre jemanden. Genau. Irgendwelche Schritte höre ich. Aber noch ist niemand zu sehen. Das heißt, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, Freunde. Oh, was war das? Wow! Was denn das für einer? Ist das jetzt bloß einer? Hat der Sich einfach zu mir geschlichen. Den hätte ich jetzt gar nicht bemerkt, Freunde. Äh, was wird denn das? Ich meine, hast du mich nicht gesehen? Alter, wie die da rumzappeln auf den. Alter. Nee, ich werde dafür nicht bezahlen, weil, äh, ich habe kein Geld dabei. Tut mir leid. Nimmst du auch Rosenknöpfe? Netter Ofen. Ich sehe hier keinen. Doch, da kommt einer. Da kommt einer. So, und da mal den nächsten, Freunde. Sehr schön. Jetzt haben wir so alle. Hoffe ich. Ich hoffe, jetzt haben wir alle. Wenn nicht, dann wird es ein bisschen brenzlig. Okay. Da ist der Ausgang. Wenn da der Ausgang ist, das ist zu offensichtlich, Freunde. Das ist wirklich zu offensichtlich. Ich denke, ich will lieber hier bleiben. Oh, ich habe was gehört. Hm. Niemand hier. Ich habe noch ein bisschen so Zeug. Ist hier noch was auf der anderen Seite? Nein. Okay. Dann gehen wir raus. So, fest Viereck, Freunde. Das muss man können. Können. Wowowowoh. Halt Will! Ich äther dir das drinnen! Was ist denn ihr? Oder was will ihr? Verdammt. Das ist gut. Das ist gut. Fuck.